Eine häufige Beschwerde von Aktivisten ist die Tragödie der Minderheit. Dieser von mir für dieses Problem erfundene Begriff beschreibt Fälle, in denen ein Angehöriger einer Minderheit eine übliche Interaktion seitens einer Mehrheit wesentlich öfter erfährt als Mitglieder der Mehrheit und dadurch ihm ein Leid entsteht. Hier ein paar Beispiele für Beschwerden. Aminata steht auf dem Pausenhof und ein Mitschüler fasst ihr im Vorbeigehen mal wieder in die Haare. Aminata findet das überhaupt nicht gut und trägt ihre Haare deswegen meistens in Zöpfen. Wenn Malik neue Leute kennenlernt, fragen die oft das Gleiche. Woher kommst du eigentlich genau? Man sieht dir doch an, dass du Türke oder so bist. Die Frage nervt ihn total. Er lebt doch schon immer in Berlin. Und Zaira passiert immer wieder das. Ob im Supermarkt oder in der Schule. Schon hunderte Male hat sie diesen Satz gehört. Wow, du sprichst aber richtig gut Deutsch. Warum denn auch nicht? Sie ist hier geboren. All das sind Beispiele für Alltagsrassismus. Wenn ich sage, ich heiße Sunni, dann ist es immer erst mal was? Die meisten Leute fragen halt, wo ich herkomme. Wo kommen denn die Eltern denn her? Wo ist denn deine Heimat? Oder wo kommst du eigentlich her? Und warum können sie so gutes Deutsch? Wann hat man ihnen das letzte Mal die Frage gestellt, ob sie Deutscher sind? Eigentlich gestern. Ich bin müde, den Deutschen 2020 immer noch irgendwas zu erklären. Das habe ich denen schon erklärt, als ich irgendwie 15 war. Dieser Effekt ist simple mathematische Realität. Die Frage, die sich nun stellt, ist, ist dieser Effekt eine schlimme Sache, wie in den Beispielen dargestellt? Eine solche Frage nach gut oder schlecht ist immer schwer zu beantworten, da sie eine moralische Grundlage erfordert. Eventuell werde ich in einem zukünftigen Video einmal eine eigene Grundlage beschreiben. Aber ziehen wir hier erstmal den Utilitarismus zu Rat. Wenden wir nun dieses Prinzip auf die Tragödie der Minderheit an. Zunächst die Minderung des Glücks. Durch die Interaktion entsteht bei Repräsentanten der Minderheit ein Leid. Eine Minderung des Glücks. Und dieses Leid steigt nicht mit den Interaktionen linear. Die erste Interaktion ist vermutlich neutral oder sogar positiv. Aber das zusätzliche Leid, welches die Person mit jeder weiteren Interaktion erfährt, steigt. Die Person fühlt sich zunehmend genervt. Vermutlich sinkt der Leidenseffekt einer solchen Interaktion auch ab, nach einer bestimmten Interaktionszahl. Da sich der Repräsentant der Minderheit an diese Interaktion gewöhnt. Diese Interaktion mehrt allerdings auch das Glück der Menschheit. Repräsentanten der Mehrheit starten diese Interaktion, da sie es wollen. Und da Menschen ein relativ starkes Bedürfnis haben, ihr Glück zu steigern, behaupte ich, dass dieses Bedürfnis Grund für den Willen zu dieser Interaktion ist. Der Repräsentant der Mehrheit möchte die übliche Interaktion initiieren, da sie für ihn einen positiven Effekt bietet. Dieser Effekt lässt sich eher linear annähern. Da die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass jede Interaktion von einem neuen Repräsentanten der Mehrheit gestartet wird. Schon allein aufgrund der schieren Mehrheit dieser Mehrheit. Einen Gewöhnungseffekt und einen dadurch geringeren oder negativen Glücksbeitrag gibt es hier zwar sicherlich auch, aber dieser ist weniger relevant, da Repräsentanten der Mehrheit die Interaktion willentlich starten. Und das nur, wenn der positive Glücksbeitrag hoch genug ist. Da wir nun die gesamte Menschheit als Gruppe gewählt haben und somit bewerten und Mitglieder einer Minderheit genauso viel wert sind wie Mitglieder einer Mehrheit, können wir nun Leid und Glück mit gleicher Wertigkeit gegeneinander aufrechnen. Wenn wir die jeweiligen Graphen übereinander legen, sehen wir bereits das Ergebnis. Solche Interaktionen sollten stattfinden, aber nicht zu viel. Oder sie sollten sehr viel stattfinden, aber nur, wenn das absolute Übergewicht der Mehrheit diesen Zustand erreichbar macht. Also wenn die Gewöhnungsgrenze der Mehrheit ausreichend höher liegt als die der Minderheit. Denn der Graph für das Glück der Mehrheit ist eigentlich vielmehr begrenzt linear als linear. Denn auch die Mehrheit hat einen Gewöhnungseffekt. Interessant ist, dass auch Themen, die auf den ersten Blick nichts mit den von mir gezeigten Beispielen direkt zu tun haben, unter diese Definition fallen können. Auch Mobbing zum Beispiel lässt sich als Tragödie der Minderheit mit dieser Idee beschreiben. Wie steht die Zahl aller Größe? Beleid. 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 Vielen Dank.